Lewandowski scores! Für Bayern Ehrlich! Müller, Müller ist eine Chance, Müller takes the shot on goal and then Lewandowski scores the goal für Bayern. Lewandowski mit den meisten Teil an den Pfosten aber der Ball ist noch da. Lewandowski, Spitzenwinkel, 1-0 vorwart Lewandowski. I think it's going to be Robert Lewandowski and he scores! What a start to this game. Kimmich and Lewandowski to tuck him home! Oh, was für ein Tor! Robert Lewandowski! Jetzt erste Chance für die Bayern, das ist Römer. Lewandowski, Tor! Fünfte Minute, toll ausgespielt! Fads, Frant-Riverie in the box! And it's gonna be in! Scholey, it's gonna be in! And there is it! Robert Lewandowski! Ist jetzt auf Kimmich, läuft bis zur Grundlinie durch und dann ist er bei drin! Robert Lewandowski macht das halbe Dutzend voll. Er bleibt dran, und da ist Robert Lewandowski! 1-0! Die Feder hier! Lewandowski ist da und er ist durch! Tor! 2 zu 0, 17. Spielminute!